Hallo meine lieben Freunde, ich bin Jakob Oberyn und werde für euch einen coolen YouTube-Kanal mit Yo-Yo Tutorials machen. Also Yo-Yo sind ja diese kleinen Dinger, die an der Schnur festgemacht sind und mit denen man wirklich coole Sachen machen kann. Und ich werde für euch Off-String und 1A Classic String Tricks spielen. Und ich habe ein schönes Paket von Dave Geigler erhalten. Das ist mit 5 Yo-Yo gefüllt, 2 Dämonics und 3 Velocities. Ich werde das mal für euch öffnen, also ein kleines Unpacking, damit ihr mal einen kleinen Enddruck von Yo-Yo bekommt. Nice. Also. Werden wir es öffnen. Also wäre echt cool, wenn ihr mich abonniert oder so, weil ich werde mich echt bemühen, euch gute Videos zu liefern. Und wie wir schon sehen, was kommt hier zum Vorschein? Ein Velocity in grün. Dann die mehr als auf und auf Trick DVDs von Dave Geigler. Der hat es selbst gemacht. Also ein bisschen ein Klassiker. Und natürlich das Dämon entgegen. Blau schaut echt atemberaubend aus. Natürlich auch die Ersatzschnüre, die immer mitgeliefert werden in den Sets. Das sind ja alles Anfänger-Sets. Und natürlich, das schaut echt Hammer aus, dieses Dämoniker. Ich liebe es. Und ja, hier haben wir noch 2 Yo-Yo-Holder. Die kann man auch gut gebrauchen. Und hier hätten wir noch einen in Blau, einen Schwarz, einen Velocity und noch ein zweites, einen Schwarz. Und noch ein Yo-Yo-Holder, noch eine Schnur. Natürlich Sticker und coole Yo-Yo-Factory-Armbilder. Naja, dann sind wir fertig, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, schauen wir uns das nochmal genauer an. Das ist von oben meine Perspektive von diesem schönen Paket. Also vor allem, das schaut sehr episch aus. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ich bald wieder ein neues Video hochladen kann. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.